Organisation Dr. Bayer-Wagner, grüß Gott. Ja, guten Tag, da spricht Lea Roth. Ich hätte gerne einen Kontrolltermin. Ja, Kontrolltermine vergeben wir wieder in einem Monat, also ab Oktober. Gibt es irgendeinen Tag, den Sie sich vorstellen können? Naja, Dienstag und Donnerstag wäre fein für mich. Okay, und eher vormittags oder nachmittags? Am Vormittag, bitte. Am Vormittag. Ich hätte hier einen Termin am Donnerstag, Vormittag am 16. Oktober um 10 Uhr. Ja, das ginge. Okay, gut Frau Roth. Und waren Sie schon einmal bei uns? Nein, das ist das erste Mal. Okay, dann könnten Sie mir bitte Ihre Telefonnummer sagen, nur falls sich von uns aus irgendetwas ändert. Das ist 0676. 0676. 0674. 0674. 0674. 0674. 0223. Okay, gut Frau Roth. Dann sehen wir uns am 16. Oktober um 10 Uhr. Genau. Dankeschön, auf Wiederhören. Danke auch, auf Wiederhören. Vielen Dank.